Die Füße einmal aufstellen, die Knie durchdrücken, die Arme abgewinken in den Körper, der Kopf schaut nach unten und jetzt den Rücken und die Arme abheben. Und die Knie nach unten, Oberkörper ein wenig nach unten, halten, die Spannung muss zwischen den Schulterblättern ankommen. Halten, weiter atmen, lösen, locker lassen, abheben. Halten Sie diese Übung 10 Sekunden und wiederholen Sie sie 5 Mal.